Richtig seltsam von denen. Das zweite Spiel. Inside. Das Ende. Hast du es gesehen? Ähm, nee. Ich hab nur gehört, dass das Spiel auch gut ist. Ja, aber das Ende. Es ist richtig verrückt. Kopfig. Ohne Scheiß. Es ist... Ich kann es dir nicht spoilern, aber echt. Ja, Pokémon wird schüppig. Krass, ey. Was? Gut am Ranken. Okay. Füße aus Turnieren. Da kommst du nicht rein, ey. Ja, Pokémon ist auch... Ist auch zu krass. Züchten und sowas alles. Ja, ja. Also vor... Vor Leuten, die hier... Pokémon auf Ranks spielen. Respekt. Was die da machen. Auch das Trainieren. Das richtig trainieren und alles. Doran Blade oder was? Ja, Doran Blade. Alles klar. Okay. 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 zum beispiel range von hier bis da kann ich springen es ist echt nicht lange ging es jetzt schon geht also auto tech range ungefähr ja startet er kommt mit dem ich krieg doch die spot er kriegt doch nicht er kriegt kein die sehen doch ja jetzt die strategie mit dem dass man da fünf stück oder so sammeln soll ich habe letztens erst das mit dem jungen so richtig die jungen camps gelernt man kann ja bei den bei den golems man kann ja so hin und her gehen beim großen golem damit der kleine golem eigentlich angreift dann rennt immer rechts links vom großen entlang weißt du ich mein aber du stehst immer auf der genau anderen seite so dass er dich nicht angreift was geht ab na gut ich habe bis jetzt kein lastet verpasst immer noch kein verpasst gott fack machen kens und bei uns wir machen noch eine platte 1000 nicht so geil kostet so ok mann ein bisschen verklickt mit irgendwie dran vorbeigerand bisschen angst gehabt ja ja vorhin auch schon ist mir schon aufgefallen hilft dir nicht das schild hey mitte ist jetzt level 6 also 7 schon hat auch noch teleport ready und auch ich bin nicht drin ach so die word skin oder meinst du wirklich die word wie ich sie gelegt habe verkehrst du nicht ist gewartet ich machen die jetzt nicht immer oder er wie er habe ich auch schon gesehen ja er weiß wo er ist mit den beiden links schickst du es weg was auch unten allerdings ist aber auch hinter uns kennen verpasst er verschwendet hier seine zeit als sechs ich prob ich prob ich Okay. Okay. Nicht rein, nicht rein, nicht rein. Ich hab sie. Okay, wir müssen auf den Jungler aufpassen. Ich weiß nicht, wo der ist. Okay. Springshit? Nee. Ey, Jungler, Jungler. Fuck, alter. Spring auf mich. Geht nicht, ich wurde gesandt. Auf mich. Fuck, man. Mir hat ein bisschen Gold gefehlt. Na, ich kann noch meine Kekse verkaufen. Ich hab IE, alles gut. Ist ein guter Start, ist okay. Goldmäßig. Tut mal mit zusammen. Direkt eine IE zusammen ist schon ganz geil. Top. Geht auch, klar. Kriegt jetzt eine Plate. Gefickt. Bin noch nicht da. Warte. Wenn ich Glück hab, krieg ich die gut weg. Hast du Morgana gesehen? Ich glaub, die ist hier. Ja. About Pigma. Komm, 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 komm. Okay. 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 Die Mitte fehlt noch etwas davon. Mitte weg. Sie passen auf im Good Water. Ah, ey, kurz auf. Sehr schön. Wir haben Plates. Alles gut. Ich hab noch keinen Sprung. Ich hab noch keinen Sprung. Also. Erst in 10 Sekunden. Pass auf. Boah, pass auf, Digga. Ähm, ich hab IKneit, Digga. Aber der Ulti, das ist kacke. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Morgana ist die ganze Zeit weg. Auf, auf, Digga. Soll mir recht sein. Oh, ich hab keinen verpasst. Ja, ja. Ey. Echo ist Mitte. Hast du das gesehen? Ja, ja. War er vielleicht hier und hat geultet? Irgendwie. Teleport, Ult. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ne. Macht ja gar keinen Sinn. Ah, das war mein erster Tower. Hey. Oh, wo ist ein Award, wo ist ein Award, wo ist ein Award. Ich komm, ich komm, ich bin da. Ich komm, ich komm. Crack. Ja, da war der MF. Ja, scheiß auf die. Ja, ich halt sie weg, ich halt sie weg, ich halt sie weg. Ich brauch ein bisschen. Aber sie haben keinen Weg, ne? Pass auf die Six. Six hat auch noch Ulti, ne? Haben die hier Vision drauf? Yes. Ja. Yes. Haben beide Oils abgewartet. Ja. Geduldige Boys. Ja. Wir haben schon so oft Drake gemacht. Ja. Drake Veteranen. Wir haben auch schon Smite. Was denn hier? Was ist denn hier? Achso, die wollen switchen. Das ist Disrespect. Wenn der Top-Laner switchen will, dann ist Disrespect, ey. Das heißt sowas wie, ihr seid zu langsam, Jungs. Ja. Das ist... Der Tower unten ist doch down. Oh, Timon hier. Alter. Der Vlad. Übel. Er ist hier richtig gefickt. Aber so richtig. Er ist einfach auf sie zugerannt. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's doch gesehen, Digga. Als ob ich noch nie gegen Echo gespielt hätte. Also ich hab gleich Ulti, wenn er herkommt. Wie ich um seine Ulti rumgetanzt bin. Ey. Nicht, dass er seine Blase macht. Er kann Ulti, Digga. Ich bin noch dabei, man. Ja, der Six kommt dazu. Was soll er doch? Ich ficke ihn auch, ey. Ah, er ist übergekommen. Six is low, aber halt schon gut. Ticker. Ich hab's auch Timo Pils. Ich hab keine Ahnung, welcher Glick hat. Ach. Lerf. Alle Türme schon down. Richtig gutes Game. Voll am dominieren. Morgana hat uns schon Probleme gemacht, aber wir haben's geschafft. Okay. Okay. Echo ist unten. Oh, die Mutter. Gott, ey. So viel Schaden. Oh, Echo. Oh, Echo. Komm, komm. Oh, Dicker. Ich bin dabei, dir. Ich bin dabei, dir. Dicker. 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 Ich hab mit Stormraiser angefangen und das ist irgendwie nicht so. Ich sehe auch gar nicht mehr so viele Leute mit Stormraiser spielen, ey. Er ist halt empfohlen, deswegen. Ja, später Stormraiser zusammen mit dem Rapid Fire Cannon ist schon ganz nice, aber... Weiß ich nicht. Mitte fehlt, ne? Passt auch unten. Ja, er ist auch hier. Okay. Dann push ich top. Ich will den Cannon haben. Okay. Echo und Timo top. Ich hab keine Wards, ne? Und hol dir ja auch ab. Ich geh auch ab. Ich geh auch ab. Ich geh auch ab. Ich geh zum Drag. Richtung Drag. Ja, dann lass uns den machen. Fuck. Ich push mit, ne? Oder... Nee, komm, lieber. Das ist unser dritter schon. Okay. Zieht den raus. Morgana Star. Einmal rüberziehen. Rüberziehen. Rausziehen. Okay. Die Ampel. Warte jetzt. Müssen wir warten. Warte. Wahnsinn. Gott! Warten wir auf Kane. Warten wir auf Kane. Er ist gleich da. Passt du auf. Er hat ihn gekriegt. Okay. Oh, die Flashlampe, Digga. Er hat mich gekriegt. Oh Gott. Er hat beide gekriegt. Boah. Oh Gott. Ich geh mal den richtigen Weg, ey. Boah, der Vlad. Der Vlad. Der Vlad. Alter, ey. Der Vlad. Der Vlad. Der Vlad. gar nicht gezündet. Also ganz am Ende. Er muss doch seine Ulti als erstes